Servus Freunde, wir sind jetzt in Slowenien und wir gehen zum Nidiscoport. Ich weiß zwar nicht genau was wir machen, aber wir sind mal gespannt. Alter Latz! Alter, ich habe nicht gecheckt mit wem wir da unterwegs sind und die machen so krassen Scheiß, Alter! Hey, what's up? Hey, what's up, nice to meet you. Maths, Basketball, Dizzy Diff Trampoline, here and Russian Swings. Alter Falder, in einem Jahr, unser Warehouse. Also was ist die Russian Swing? Also heutige Russian Swing. Wenn wir Kampen so hin und her schaukeln und dann auf ein oder zwei runter springen und halt irgendwelche Tricks machen oder halt auch nicht. Wahrscheinlichkeit, dass du das machst? Eins bis eins. 100%. Bye bye. Bye bye. Hey, ähm, hallo. Hallo, HALT, STOP! AHHHHH! 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 Das ist so schön. Ja. Das ist so cool. Wie hast du gesagt? Du schaust du? Ich bin so schaust. Es ist so Spaß. Ich finde einfach ganz normal springen. Du musst es nicht machen. Nice. Yeah. Nice. Ist okay. Ich bin bereit. Richtig bereit, Alter. Wohooo. Wohooo. Nice. Nice. Yes. Nice. Sick. Thanks. Nice. Stimmungsbild. Stimmungsbild. Geil, Alter. Wir sind hier in der Woop Trombolinhalle. Bitten, Didi Squad. Und es wird einfach richtig geil. Let's go. Nein. Wir sind hier. Nein. 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 Leo! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja... Das ist einmal so nice, richtig geil. Wir schauen ihm DD Sport beim Springen zu. Das ist einmal der Hammer. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank vor allem auch an Jan und Geb vom Deesquab für die Hammer-Gastfreundschaft, alle Links zu denen sind in der Beschreibung. Genau, und like, kommentiert und folgt unserem Ruckhaut. Bis nächsten Sonntag, tschau. Tschau, tschau, tschau.